Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's gock! Ich will der Asbest sein. Ganz allein fange ich mir ne Gans. Also ich würde auch gerne Asbest sein, der sich ne Gans fängt. Ganz normal. Eine D-D-D-Bab. Ich streife durch das ganze Land. Ich suche das Gokst, um zu verstehen, was ihm diese Macht verleiht. Ich will auch immer verstehen, was Gokst nach 8 verleiht. Pokémon, Frau Schnaps, sieh dir. Hier fallen Schnaps. Schnaps, sieh dir. In my mind, was ich auch tun. Du mein Asbester Freund. Asbester Freund. Wir vertrauen in unsere Mami und ich werd dir. Ich lerne von dir und du von dir? Ganz verständlich. Komm, Schnaps, komm und schnaps Pokémon. Schnaps Pokémon, die sind geil. Was zitterst du so? Ach, die Scheiße. Ja, ich bin ein Scheiße. Das glaube ich dir. Das ist ein Spasti aus aller Spastia. Aus aller Spastia. Ich bekomme endlich meine Seen. Wenn man mit 10 Jahre so riesen Zähn bekommt, dass die Schuhe nicht mehr passen, dann will ich lieber nie zählen, wer auch bin ich hier schon drüber. Ne. Ab dem 10. Lebensjahr können Pokémon von Professor Eich Kinder bekommen. Hier mit der K... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Pokémon von Professor Eich Kinder. Oh mein Gott. Das ist leichte Zweideutigkeit hier. Ich werde ein Mais. Ich werde ein Mais. Das ist der allergrößte Mais, den es je gab. Ja, das wäre nicht schlecht. Äh. Ich bin der größte. Ich bin die Feder. Erstmal Ballwerfen spielen. Oh. Es ist schon 11 Uhr 11. Du solltest längst schlafen. Ich kann jetzt nicht schlafen. Schön, aber bereite dich wenigstens auf morgen vor und zieh dir das an. Oh, oh, oh. Ich bin derриizend neuner Viertel oder er soll schlafen gehen? Ich kann jetzt nicht schlafen. Geh ins Bett. Geh ins Bett. Geh ins Bett. Ey, wenn das jedes Kind so machen würde, Alter. Verdicht. Na gut. Na gut. Oh nein. Wie spät ist es? Es ist schon 11 Uhr. Du solltest längst schlafen. Du hast das nur 11 Uhr, Alter. Ah. Dann war ich noch einmal mal vor. Füß auf! Ne, es war 11 Uhr 11, jetzt ist es 11 Uhr? Oder ist es am nächsten Tag auch um 11, er wacht auf, es ist 11, du solltest schlafen? Das ist überhaupt alles gar keinen Sinn! Beste Begrüßung ever! Was? Professor Eich, wo ist mein Pokémon? Dein Pokémon? Also für mich sieht es so aus, als wäre dein Pokémon im Schlaf. Geh, stoppen? Geh, ins Bett. Oh nein! Wer soll, ey, alle wollen den ins Bett schicken? Was ist hier los, Alter? Aber glauben Sie mir! Ich nehme Shiggy! Oh! Die Frage ist eigentlich, warum hat Professor Eich die Poké-Bälle noch da drin, wenn da gar keine Pokémon mehr drin sind? Das habe ich mich bis heute gefragt und ich frage es mich immer auch. Na scheiße! Na schön, was soll's sein wird mein Pokémon eben! Bielefeld! Bielefeld! Bielefeld? Die Stadt, der es nicht gibt? Bielefeld! Schweine-Kotelett! Sein Name ist Schweine-Kotelett! Da war Pikachu noch so fett, Alter! Ich versteh's nicht, warum die... Es war aber auch ins Spiel so gezeichnet, hä? Schon krass! Und dann später haben sie einfach mal so Speed-Diät gemacht und Pikachu einfach dünn geschrumpft. Und das hier ist auch für dich! Nicht... Oh, nett! Nein! Oh, Ash! Ich bin so stolz auf dich! Oh nein! Aber ich werde ganz furchtbar pissen! Oh mein Kleiner! Hat die gerade gesagt, ich werde ganz furchtbar pissen? Oh Gott! Junge! Schweine-Kotelett! Was war das denn, Alter? Ah! Was ist denn los? Ich dachte Schweine-Kotelett! Okay, ich hab verstanden! Pass gut auf! Na gut, genieße deinen letzten Augenblick! Der epischste Handgranatenwurf, den ich je gesehen hab! Geschafft! Er hat sich gleich mit wegge... Boah, das ist ne Atombombe, Alter! Was hast du mit dem... Hat jemand schon mal von euch ne Atomgranate gesehen? Ich gerade eben! Warmen Pokémon gemacht! Atmet es noch? Er hat es atomisiert, Alter! Äh, äh, nein! Hitz und rum, dein Pokémon braucht nicht dringend Hilfe! Weit von hier ist ein Pokémon-Center! Na los, du musst dich nicht beeilen! Du meinst... Weit... Weit von hier ist ein Pokémon-Center! Erkranktenhaus? Ja, extra für Pokémon! Wo ist denn das Pokémon? Wo muss ich hin? Da lala! Extra! Da lala! Oh, das war's schon! Schafft! Oh ne! Schafft! Das war aber echt cool! Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir! Und bin damit raus!